Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Outriders Video und heute gibt es gute und schlechte Nachrichten zugleich, denn die Item-Wiederherstellung hat stattgefunden, jetzt für alle Gruppen, also A, B und C. Und eigentlich ist das eine gute Sache, aber irgendwie auch nicht. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Holy13 Gaming, mein Name ist Sebastian und hier dreht sich alles um Open World Games, RPGs und Looter-Shooter. Wie Outriders. Wenn du da Bock drauf hast, bleib doch gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei. Und heute habe ich ein ganz besonderes Thema, nämlich die Item-Wiederherstellung. Die hat jetzt stattgefunden und zwar für alle drei Kategorien A, B und C. Und das schauen wir uns am besten mal ganz kurz hier einmal auf Twitter an. Das hier ist die News. Also Gruppe B und C wurde heute durchgeführt. A wurde gestern schon durchgeführt und das scheint auch alles ganz gut geklappt zu haben. Die Leute haben ihre Items wiederbekommen. Und Gruppe B bekommt bis zu 20 God-Roll-Legendaries wieder. Gruppe A sind die Spieler, die einen Wipe hatten und keinen Zugriff mehr auf ihren Charakter hatten. Die sind am härtesten betroffen. Die haben alle ihre Items wiederbekommen und ihre Charaktere. Gruppe B hat bis zu 20 Legendaries bekommen. Und Gruppe C, und das ist das komische, hat auch Legendaries bekommen. Schauen wir uns doch hier mal kurz den Reddit-Thread dazu an. Also, man versteht es nicht so wirklich. Ganz kurz vorneweg. Als Gruppe A durch war und die God-Roll-Items raus waren, gab es einen riesenaufschreien der Community. Weil natürlich die Leute, die einen Wipe hatten, jetzt klar im Vorteil waren. Einfach weil sie 99,4k Waffen bekommen haben. Also eine Todesschild mit einem absolut maximalen Roll. Auch epische Items mit maximalen Rolls und auch noch Tier-3-Mods drauf. Das heißt, wenn ihr eine Waffe hattet mit einem Tier-3-Mod drauf, wie zum Beispiel Amoklauf auf einem Sturmgewehr. Dann habt ihr dieses Sturmgewehr wiederbekommen mit 99,4k Waffenschaden, Amoklauf drauf. Und der Witz dabei ist, dass diese Waffe nochmal modifizierbar war. Also, ihr konntet noch eine weitere Mod dann drauf craften. Sprich, die Leute waren jetzt imstande, mit epischen Items, also lilanem Gear, zwei Tier-3-Mods zu laufen. Und das ist natürlich richtig OP. Das hat zu einem riesen Aufschrei geführt. Das hat dazu geführt, dass die Speedrun-Community kurzerhand die Regeln ändern musste. Weil natürlich Leute auf einmal total overpoweredes Gear hatten, das nicht alle haben und auch nicht alle farmen können. Sondern nur die Leute, die von Gruppe A, nämlich dem Inventar-Wipe mit ausgeschlossenem Charakter, betroffen waren. Also natürlich ein riesen Shitstorm. Zurecht muss man sagen, nicht wirklich durchdacht die ganze Nummer. Aber es ist, wie es ist. B und C wurde jetzt auch wieder hergestellt. Und B hat eben 20 legendäre Items wiederbekommen. Und C, und das ist das Strange, ist die Gruppe, die eigentlich nicht betroffen war. Also die keine Items verloren hat, also keinen Inventar-Wipe hatte. Und auch keine Charaktersperrung natürlich. Die haben jetzt auch legendäre Items bekommen. Und zwar bis zu 20 pro Charakter, falls man welche verloren hat. Also hier steht, Spieler sowohl in Gruppe B als auch in C, welche legendäre Items verloren haben. Bis zum 20. April bekommen diese wieder. Gruppe B sind Charaktere, die ihr Gier verloren haben, aber trotzdem spielbar waren, wie bereits erwähnt. Spieler konnten also weiterspielen und konnten seitdem natürlich auch weiter farmen. Die bekommen bis zu 20 legendäre Items wieder. Und Gruppe C sind alle anderen Spieler in Outriders, die also ganz normal spielen konnten. Die auch kein Inventar- oder Charakter-Wipe hatten. Aber, da es nicht möglich ist, Gruppe B und C wirklich perfekt zu unterscheiden, bekommt ihr jetzt auch Gruppe C eine Wiederherstellung von Items. Und zwar bekommt ihr, selbst wenn ihr kein Inventar-Wipe hattet, bekommt ihr trotzdem bis zu 20 legendaries, die ihr irgendwann mal verloren habt. Und verloren kann dabei auch aus Versehen an einen Händler verkauft haben, bedeuten, bekommt ihr einfach wieder. Und zwar als God-Roll. Also, schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Ich würde euch empfehlen, schmeißt euer Spiel an, schaut mal rein, checkt eure Charaktere und guckt mal, was ihr da schönes rumliegen habt. Könnte sein, dass ihr überrascht werdet von so einem Inventar vielleicht. Und ich glaube, ich sollte mal ganz kurz meine Kamera verschieben, damit ihr das auch etwas besser sehen könnt. Ah, Moment, ich habe das Ganze natürlich gelockt. Jetzt verschieben wir das mal rüber. So. Jetzt könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen, was bei mir im Inventar los ist. Ja, was soll ich sagen, ne? Also, hier sind Items, die nicht wiederhergestellt wurden, ganz klar. Dann habe ich hier eine 99,4k Death Shield. Warum nicht auch gleich noch eine zweite? Immerher damit. Dann haben wir hier ein brüllendes Umbra auf Max Roll, Dunkelheitsverzauberer Max Roll, Rute Max Roll, Daimyo und auch nochmal einen Golem-Schenkel mit Max Roll. Und zusätzlich habe ich auch noch eine Pistol mit Max Roll bekommen, also 79,5k scheint hier der Max Roll zu sein. Tja, weiter geht es mit Rüstung, würde ich sagen. 11,3k ist hier der Max Roll, also haben wir hier die Maske der Kanonenkugel bekommen. Was haben wir hier noch? Nichts, nichts und nichts. Okay, schauen wir mal weiter auf den nächsten. Tja, wie wäre es damit? Zurück zur Lobby. Es ist so verrückt, also wirklich. Zum einen ist das natürlich eine tolle Sache, ne? Gear auf Max Roll zu haben, ist Hammer. Auf der anderen Seite beseitigt das auch jegliche Intention, jetzt weiter zu farmen. Warum soll ich mir weiter eine höhere Death Shield farmen? Meine höchste war gerade auf 82k. Das ist aktuell meine höchste gewesen. Das heißt, ich hätte mich über jeden weiteren Drop einer Death Shield gefreut. Ja, jetzt brauche ich sie nicht mehr, ne? Also das Item brauche ich definitiv nicht mehr farmen. Wir haben hier 79,5k, zwei Handfeuerwaffen und dann geht es hier fröhlich weiter. Shellrocks Wucherung, Max Roll. Anemoi, Max Roll zweimal natürlich gleich. Warum denn auch nicht? Implodierer, Bollwerk, nochmal eine Todesshield. Kopfjäger haben hier nochmal ein Bollwerk und eine Geisterjäger. Also es ist wirklich, es ist alles dabei, was man brauchen könnte. Auch hier habe ich nochmal ein paar Rüstungen auf Max Roll mit 11,3k. Ja, why not, ne? Ja, auf meinem Assassin ist die Oberrobe der Lavaleiche. Keine Ahnung, wie die da hinkommt oder warum die dort wiederhergestellt wurde. Genauso wie auch Lavaspinnen Lendentuch. Und dann habe ich hier nochmal eine Kronehose bekommen. Vielen Dank dafür. Ja, ne? Und dann habe ich hier auch nochmal vom Rand der Zeitfußbekleidung zweimal als Max Roll. Ich glaube, in meinem Inventar ist nichts gelandet. Also in meiner Kiste, in meiner Vorratskiste schaue ich gleich nochmal rein. Ne, sieht alles ganz normal aus. Ich hatte regulär ein paar richtig hohe Rolls, so wie diese hier und diese hier. Oder auch den Implodierer mit 98,9k, aber halt keine 99,4k. Aber ich habe ja noch zwei Chars. Dann schauen wir doch auch da nochmal drauf. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt. Findet ihr es gut, dass jeder jetzt Max Rolls bekommt? Ich schätze mal, dass es euch genauso geht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr Max Rolls bekommen? Wenn ja, wie viele? Wenn ja, welche? Würde mich mal interessieren. Bringt es euch voran. Und dann würde mich auch noch interessieren, was ihr davon haltet. Findet ihr die Sache gut? Habt ihr weiter Intentionen zu grinden? Also, oder hat sich für euch der Grind damit erledigt? Das wäre mal wirklich interessant. Weil letzten Endes, warum soll ich das Game jetzt nochmal anfassen? Tatsächlich bis neuer Content kommt. Ich habe alles, was ich brauche. Wonach ich sonst gejagt hätte. Nochmal Shellrooks Wucherung. Zweimal als Max Roll. Animoin nochmal Scheiterhaufen als Max Roll. Nice, danke schön. Warum nicht nochmal ne Todesschild? Ne Pesthauchträger. Es ist wirklich alles dabei. Ne Bernstein Gewölbe. Ne Migräne. Grausiges Mark. Raroks Blick. Nur die Sachen, die man angelegt hat, kommen nicht als Max Roll. Es wäre natürlich noch nice gewesen, wenn ich hier meine ganze Lavaspinnenrüstung ausgezogen hätte. Und die dann als Max Roll bekommen hätte. Hätte mich gefreut. So, habe ich Pein und Qual nochmal. Als Max Roll. Wow. Wirklich. Elfenbein und Knochen. Helm der Lavaspinne. Hier nochmal Rüstung der Neugeschmiedeten. Zweimal als Max Roll. Selber auch nochmal mit dem Lendentuch. Zweimal Max Roll. Es ist wirklich, also Panzernschuhe der Kanonenkugel. Max Roll. Nehme ich natürlich. Aber, das war mein Pyromant. Schauen wir doch einfach nochmal der Vollständigkeit halber auf den Verwüster, den ich, by the way, noch nicht im Endgame hatte. Mein Verwüster, den habe ich auf Expeditionsstufe. Ich müsste checken, anhand meiner Aufzeichnungen. Aber der müsste ungefähr Expeditionsstufe 10 gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ungefähr. Wobei, ich kann es nachschauen. Anhand des Helms, den ich jetzt gerade trage. Weil der müsste eigentlich auf dem höchsten Level sein. Der ist mir nämlich bei meinem letzten Run gedroppt. Also schauen wir mal, was der für eine Stufe hat. Stufe 48. Das dürfte dann eben so 12 sein. 12 oder 13. Schauen wir doch mal in Expeditionen rein. Oh, ich kann 50 laufen. Obwohl ich es noch nicht freigeschaltet habe. Schauen wir doch mal ins Inventar. 11,3 50er Gear. Kann ich es anlegen? Ja, ich kann es anlegen. Maximal tragbare Gegenstandsstufe 50. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber sie haben vor ein paar Tagen drüber gesprochen. Auf Twitter und auch auf Reddit, dass es nicht so einfach ist, einfach bei jedem die Items wieder herzustellen. Weil wenn sie den Leuten, also denen, die ihren Charakter verloren haben, die nicht mehr einloggen konnten auf ihren Charakter, wenn sie denen einfach Level 50er Gear geben, die aber noch nicht Level 50 erreicht haben, sondern zum Beispiel so wie ich nur Level 48, dann können sie diese Items nicht anlegen. Und haben wieder praktisch einen Charakter, der komplett nackt ist, was dazu geführt hat, letzten Endes im ersten Schritt schon, dass dieser Charakter eben nicht mehr spielbar war. Also dadurch, dass der Charakter jegliche Items verloren hat, war es nicht mehr möglich, auf diesen Charakter einzuloggen. Und wenn sie ihm jetzt zu hohes Gear gegeben hätten, dann wäre es nicht möglich gewesen, diesen Charakter zu spielen. Somit mussten sie schauen, wie sie das Ganze fixen, damit jeder auch die Items, die dann wieder hergestellt werden, auch anlegen konnte. Die Lösung scheint wohl zu sein, dass jetzt jeder Stufe 50 freigeschaltet bekommen hat. Was natürlich totaler Schwachsinn ist. Dann habe ich auch da keinen Grund mehr, mich in der Expedition nach oben zu spielen. Schreibt mir auch das gerne bitte mal in die Kommentare. Wart ihr schon auf Stufe 50? Wenn ihr es nicht wart, könnt ihr jetzt Stufe 50 spielen. Also Stufe 15 in den Expeditionen natürlich. Könnt ihr, wenn ihr hier in die Übersicht geht, die maximal tragbare Gegenstand Stufe 50 auswählen sozusagen. Könnt ihr 50er Gear tragen, obwohl das vorher noch nicht möglich war. Würde mich wirklich interessieren, ob sie tatsächlich diesen Weg gegangen sind. Dann habe ich auch nochmal eine Rüstung. Weste der Kanonenkugel. Und dann war es das glaube ich hier auf dem Verwüster. Allerdings habe ich auch hier ein paar Waffen bekommen mit einem Max Roll. Wahnsinn. Wahnsinn. Wirklich. Also fällt mir nichts anderes mehr dazu ein. Macht's gut. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020